das neue clio pocket von audiomatica made in italy das muss nichts schlechtes bedeuten ich habe gespannt hier meine fresse die haben sogar einen netten brief beigelegt na das finde ich ja nett francesco liebe grüße aus die wunderbare firenze florenz das ist weit über zehn jahre her meine fresse damals war ich noch ein bisschen schlanker und natürlich auch jünger stehe ich da in der italienischen sonne toll die straßen waren voll in florenz den tag das war hochsommer ganz viele touristen ich bin ja auch ein tourist dann die kleine italienerin so ein süßes ding mit der treffe ich mich heute noch ich glaube das darf meine frau gar nicht wissen mal erst mal weiterlesen hier wir freuen uns sehr dass du unser messsystem de clio pocket auf deine kanalvorstelle willst gerne schauen wir deine sicherlich positive meinung in eine video an um letzte zweifel auszuräumen wir haben eine kleine unterstützung unter die gerät versteckt sie ist einfach als dankeschön für die schwere arbeit wenn du aber fertig schicke das clio einfach zurück an die deutsche vertrieb und basta solltest du nicht zufrieden sein ist auch kein problem auch wir schicken die kalabrische mitarbeiter um zu holen ab die gerät bitte bereit eine kleine gartenteich vor und benutze unsere kleine unterstützung um zu kaufen beton und zwei eimelchen für die fuße unsere kalabrische mitarbeiter habe viel zu tun und würde sich nicht aufhalten mit kleinigkeit ich denke wir haben uns verstanden und ich wünsche einen schönen tag ernesto erpressi du scheiße worauf habe ich mich da jetzt eingelassen hallo moin moin servus grüß gott wo auch immer herkommt in franks werkstatt der lautsprechertechnik oder heute sage ich einfach mal ja ich habe übrigens keine betonschuhe an und ja also diese kleine gabe die mit drin lag das war dann auch nur auf papier gedruckt und ja da werde ich wohl nie bei der bank loswerden aber scherz beiseite ja nur um es klarzustellen ich habe bestimmt schon ein jahr meines lebens in italien verbracht nicht ein stück nein aber wenn ich so meine aufenthalte urlaube da mal zusammen zähle ich bestimmt schon über ein jahr und das gerade in den letzten jahren vornehmlich auch in süditalien leckeres essen tolle menschen über kultur da brauchen wir uns eh nicht unterhalten italien ist das kulturland ganz klar also an alle italiener italienisch stämmigen ihr braucht jetzt keinen betonlaster losschicken ich bin da schon italien fan ok ja aber heute soll es hier um ein italienisches produkt gehen ja und das ist clio pocket 2.1 das ist alles hier drin in dieser kleinen box was ist das es ist ein messsystem messsystem für lautsprecher damit kann man alle relevanten messungen machen und ich wurde immer wieder mal darauf angesprochen hey frank schau dir mal andere messsysteme an ich habe überhaupt kein bock mir diesen stöpselboxen krams zusammenzubauen nachzubauen das ist genau das was ihr hinter mir steht auf dem regal auf dieser holzbox auch ja da habe ich einfach keinen bock drauf wurde mir mehrfach gesagt ja kann ich mir gut vorstellen dass einige von euch sind die wollen sich mit sowas nicht herum ärgern gibt es vielleicht soundkarten probleme gibt es treiber probleme mit dem rechner und so weiter und so fort viele von euch von einfachen rundum sorglos paket haben und dem ganzen wollte ich jetzt in diesem video endlich mal folge leisten wie gesagt clio 2.1 an dieser stelle gleich noch mal wieder dankeschön an firma strassacker also ein lautsprechershop.de an den daniel der mir das hier leihweise zur verfügung gestellt hat vielen vielen dank an dich und ihr bekommt auch ein goodie im shop wenn ihr das dort bestellt wenn ihr interesse an dem ding habt da komme ich im laufe des videos aber noch zu preis preis müssen wir auch drüber sprechen ist völlig klar das system so wie es ist kostet 650 euro das ist ein tacken geld wobei andere hobbys noch viel mehr geld kosten wenn man nicht ein moped fahrer für seinen titan ritzel an seinem motorrad vierstellige beträge ausgibt auch das gibt es also jedes hobby kann man günstigst betreiben und jedes hobby kann man ein bisschen teurer betreiben muss jeder für sich selber wissen wie wichtig ihnen das ist das ist schon mal völlig klar aber wenn ich es jetzt mal vergleiche mit dem was ich hier stehen habe nur so just for fun ich habe hier wo der finger jetzt endet sound interface von steinberg das gute stück das hat ungefähr die gleiche performance wie das was hier bei dem clio ding mit eingebaut ist den koffer machen wir dann gleich auch noch auf ist klar 130 euro kostet dieses sound interface dann habe ich hier mein messmikrofon ein kalibriertes messmikrofon ist auch mit in der box drin bei clio 70 euro sind wir schon bei 200 und dann habe ich hier noch hier mein mikrofon vor verstärker den ich extra betreibe den ich extern betreibe da liegt auch je nach tages kurz bei 120 oder so und mit ein bisschen kleinkram hier in dieser holzbox drin bei 350 euro zusammen vielleicht also relativiert 300 euro mehr kostet ein rundum sorglos paket ein messsystem wo alles bei ist was man wirklich nur anschließen muss und es läuft weil die software gehört auch dazu ist völlig klar wie gesagt das muss jeder für sich selbst entscheiden ob das was ist ein hinweis gleich noch wieder weil ich ganz genau weiß dass da wieder einige sagen hier ist doch ein mikrofon vor verstärker drin warum hast du denn hier noch mal extra ein den habe ich da extra da gibt es ein video drüber verlinke ich euch gerne in der ecke da gehe ich darauf ein es geht eigentlich darum dass man im zusammenhang mit dieser umschaltmimik mit dieser stöpsel box hier muss man einfach zwischen also hinter den mikrofon vor verstärker aber vor die ad wandlung da muss man hin und muss umschalten können sonst muss man wieder anfangen kabel zu stecken das will man ja nicht unbedingt und aufgrund dessen betreibe ich hier einen externen mikrofon vor verstärker wie gesagt video habe ich euch gerade verlinkt könnt ihr gerne schauen so und jetzt erst mal ran ran heute anschließen installieren vielleicht die erste messung machen bisschen funktionsumfang vielleicht mal reinschauen was es überhaupt kann und nächstes mal machen wir dann weitere messungen und schauen uns das noch mal ein bisschen im detail an welche sachen hat es drauf was kann es was kann es nicht was kann es übrigens es ist in der version 2.1 jetzt ich glaube bei 2.0 war es auch schon so endlich die verzerrungsmessungen dazu gekommen das war eine sache die hat immer gefehlt bei clio haben manche leute schmerzlich vermisst die zeiten sind vorbei clio kann jetzt auch verzerrungsmessungen ist vielleicht so ein wichtiger punkt auch für manche zu sagen hey jetzt ist alles komplett jetzt nehme ich es aber das müsst ihr ja wie gesagt selber wissen kommen wir also unvermeidlich erstmal zum lieferumfang ich habe euch ja gesagt gehabt alles mit drin alles schön software gehört auch dazu aber es fehlt noch ein verstärker ihr müsst also das messsignal verstärken können ihr müsst damit ein lautsprecher antreiben können dass das einzige was ihr noch braucht da reicht ja ein alter hi-fi verstärker ein alter stereo verstärker ebay klein anzeigen 50 euro da habt einen alten jamaher oder sowas passt ja wollen wir mal aufmachen hier das gute stück die packung so sieht es aus wenn ihr das bekommt und ja ist dann sogar besser verpackt als jetzt hier bei mir ich habe mal eben die dinger hier wieder zusammen gekrügelt und reingepackt ich hatte nämlich schon einmal kurz angeschlossen mit dabei ein usb kabel ganz klar bitte das an euren rechner anschließen könnt rechner braucht natürlich auch ist klar dann ist dran dran so ein ja ein kabel für die ausgangsbuchse mit zwei krokodil klemmen dran recht hochwertig ausgeführt muss ich sagen sieht gut aus damit könnte direkt ein lautsprecher sozusagen anschließen und ich habe hier noch ein verbindungskabel drin das ist ein bisschen länger ich weiß jetzt gar nicht wie lange das ist hier das ist jetzt nicht aus ich denke mal zwei drei meter oder sowas damit könnt ihr das messmikrofon was auch mit beiliegt kontaktieren hier so sieht das dann aus und dann die andere seite hier ins klio rein ins klio rein klar ist aber nicht fehlen die eigentliche box die eigentliche messbox und die hat wirklich nichts weiter als hinten einen usb connector und vorne halt zwei rca oder kinsch buxen zum kontaktieren des mikrofons und das der ausgangsklemmer das ist das was dabei ist ansonsten wenn ihr ein bisschen weiter fühlt dann findet ihr kein 500 euro scheinen nein aber ihr befindet noch habt noch ein kleines tütchen hier da ist die kalibrierung drin oder sagen wir mal so das kalibrier feilen das kalibrier gutachten hier ist sogar so eine prägung drauf auf dem ding für das mikrofon dass es sich innerhalb der gegebenen grenzen aufhält das war im hochdombereich glaubt plus minus 2 db ansonsten plus minus 1 db genauigkeit reicht aus fürs hobby labor und für mehr sogar das passt also schon ganz gut das haben wir hier da ist die empfindlichkeit des mikrofons drin das heißt die ausgangsspannung pro druck im grunde in pascal und oder millivolt pro pascal waren es glaube ich das steht hier mit drauf auf diesem zertifikat und das kann man sich dann direkt hier ablesen wie viel millivolt pro pascal aus diesem mikrofon rauskommen das braucht er gleich beim einrichten okay das haben wir ansonsten früher war eine cd mit bei mittlerweile wird ja alles ausgeliefert auf einer sd karte ihr bekommt allerdings jetzt weiß die version 2.1 ist noch mal download link dann könnt ihr euch das direkt herunterladen das heißt wenn ihr das kauft bekommt ihr bei straßacker ist es jedenfalls so sehr schön gemacht ein download link mit allen treibern die er braucht und die aktuellste version von cleo 2.1 das könnt ihr euch auf dem rechner irgendwo weg speichern das sind zip files gleich entpacken am besten in einen bestimmten ordner damit ihr das da wieder findet ja und dann kann man eigentlich schon übergehen zum anschließen und dazu würde ich sagen das habe ich schon einmal gemacht habe meine bildschirmaufnahme hier laufen lassen das werde ich mal eben so ein bisschen kommentieren hier nebenbei das habe ich wie gesagt upsala wie gesagt hier auf dem rechner drauf ich lasse es jetzt einfach mal laufen und hier steht dann schon connect your cleo pocket zu einem freien usb 2 port das sollte er gleich als erstes machen und man hört dann diesen klassischen sound plug and play sound das kennt ihr auch wenn der usb teil irgendwo kontaktiert macht es immer oder sowas okay lass uns das ausprobieren usb kabel habe ich hier dann schnappe ich mir das cleo wird das einfach mal eben anschließen was war das hier nochmal usb a glaube ich oder so was also robust kann mit diesen usb bezeichnung immer durcheinander aber egal ihr wisst schon was ich meine es ist ein robustes usb okay dann andere seite habe ich hier vorbereitet stecke ich mal eben rein und mein mikrofon einfach mal hier an den kopfhörer ich stecke es rein ich glaube das konntet ihr vielleicht hören okay also das ding ist kontaktiert was passiert jetzt erstmal gar nichts hier vorne ist ein kleines lämmchen was normalerweise bei betrieb blau leuchtet das tut es noch nicht und das tut es noch nicht im grunde weil clio selbst jetzt nicht läuft oder bei erst in betriebnahme weil das überhaupt noch nicht die treiber installiert habt und auch das habe ich hier auf dem rechner drauf im grunde was man da so treiben muss ihr öffnet hier einfach mal den geräte manager zack und dann könnt ihr im grunde seht ihr schon das angeschlossene gerät das ist hier oben zu sehen clio pocket unter andere geräte was bedeutet das das bedeutet im grunde dass windows jetzt überhaupt noch nicht weiß was ist das das hat sich zwar über usb mit clio pocket angemeldet aber windows kann damit nichts anfangen deshalb muss da der treiber rauf wie geht es weiter im grunde im normalfall macht man hier einen rechtsklick auf das jeweilige gerät und dann könnt ihr sagen treiber aktualisieren zack dann auf dem computer nach treiber software suchen es kommt darauf an wo ihr das da vorhin abgelegt habt ähm wie gesagt ihr hattet ja den download link in der mail und habt euch das irgendwo hingelegt äh das ganze spiel könnt ihr jetzt machen ihr geht einfach zu dem ordner wo er es hingelegt habt klickt den ordner an wie gesagt ihr musstet es vorher entzippt haben aus dem zip ordner lässt es sich nicht installieren also entpacken dann sagt ihr weiter und dann sagt windows halt treiber wurde installiert wird installiert wurde erfolgreich installiert dann habt ihr schon mal ein gerät weg es ist aber noch das zweite drin und da macht das gleiche spiel noch mal das zweite gerät was noch nicht zugeordnet ist ganz oben das wäre dieses jetzt hier auch treiber aktualisieren auf dem computer nach treiber software suchen weiter drücken und dann wird es aktualisiert so jetzt habt ihr im grunde die usb treiber von clio wunderbar eingebunden das heißt euer windows weiß jetzt schon mal was es mit dem gerät anfangen soll sagen wir mal so okay das ist bisher sehr sehr einfach und sehr sehr gut gelöst wobei es allerdings auch geräte gibt die haben glaube ich im usb bereich so ein ja treiber bereich der sich dann automatisch installiert das ist hier nicht der fall hier muss man noch von hand eingreifen aber alles gut man ist es ja gewohnt oder die ganze geschichte läuft übrigens auch auch auf einem mac ich habe keinen mac also weg kann ich nicht machen hier okay jetzt könnt ihr sehen dass bei usb controller hier die beiden geräte auch tatsächlich drin sind alles wunderbar alles schön gelaufen lasst uns mal weiter in die anleitung reinschauen was gibt es sonst noch zu beachten die eigentliche software muss installiert werden dieses setup file hattet ihr sicher vorhin auch schon impact das heißt einfach wieder dahin navigieren wo er das impact habt und setup starten klick klick da ist es nämlich welcome next dann natürlich alles mögliche hier wieder bejahen wie das immer so ist ja ja agree ein ordner aussuchen nämlich den standard ordner und sage next wie soll es denn heißen im startmenü es kann so bleiben und schon geht die socke ab hier und er ist auch ruckzuck fertig und das war jetzt tatsächlich echtzeit hier das geht nämlich ruckzuck also nochmal next und finish ok damit sollte clio jetzt installiert sein wir haben jetzt die usb treiber installiert und clio selbst in der version 2.1 und jetzt jetzt schauen wir wieder die anleitung was passiert if you have completed the installation dann sollte es schon im startmenü unter programm clio pocket zu finden sein machen wir mal zack und hier oben ist es ich drücke einmal rauf und das ist jetzt der erste jungfräuliche start jetzt muss ich noch eine sprache mir auswählen manual language ok das mache ich dann gleich mal auf englisch ja und das war erst mal alles das gerät wurde erkannt und die software läuft und jetzt kommen wir eigentlich erst anfangen mal so ein bisschen rumzweigern mit dem guten stück so jetzt habe ich einmal kurz die kamera ein bisschen anders hingeschoben hier kann also weitergehen von meiner seite aus ja woran erkenne ich überhaupt dass es läuft zum einen habt ihr hier unten in der ecke bei clio diesen smiley der grinst jetzt und wenn der smiley grinst ist auch in der anleitung beschrieben dann heißt es die usb verbindung die stimmt die passt und habe ich gerade eben beim kameraaufbau versucht das ding mal in einen anderen usb port zu stecken da wurde das ding nicht erkannt es scheint also kein automatismus da drin zu sein an welchem usb port das gute stück gerade angestöpselt ist jemand hat es bei mir nicht funktioniert ich wüsste auch nicht wo es einstellen kann dass ich einfach sage usb neu verbinden oder sowas konnte ich nicht finden deshalb mein hinweis wenn ihr das ding zu hause das erste mal einrichtet dann macht es bitte so dass ihr gleich auf den usb port geht den ihr später benutzen wollt wenn ihr das ding dann irgendwo hinpackt vielleicht mal so als als kleiner hinweis sonst denke ich mal müsste man neu installieren oder so ich weiß es nicht was hat das bei mir jetzt nicht auf anhieb so geklappt muss man einfach sagen ist aber kein beinbruch wie gesagt es läuft ja so weit aber sucht euch den richtigen port aus als weiteres zeichen dass es überhaupt gut läuft ja ganz einfach schon angesprochen die blaue led die leuchtet hier vorne jetzt drin und andere kamera vielleicht noch mal sieht das auch und das bedeutet halt die verbindung ist aufgebaut clio ist betriebsbereit clio ist verbunden mit der software quasi die software ja da können wir einfach mal rüber schauen was sehen wir jetzt hier eigentlich alles bei euch hier oben in der ecke steht vermutlich jetzt beim ersten start clio pocket uncall also unkalibriert da weist auch die anleitung ein bisschen darauf hin die anleitung habe ich ja hier das sind ja die ganzen schritte running clio pocket for the first time also das erste mal einschalten ich gehe es mit euch jetzt einfach mal so durch ja und da seht ihr dann auch den hinweis dass oben in der ecke unter umständen clio pocket uncall steht also das gute stück ist jetzt unkalibriert es läuft so noch nicht okay wir wollen gleich die kalibrierung starten das machen wir wieder gemeinsam trotzdem wollen wir jetzt erstmal einmal rüber schauen was bietet clio eigentlich alles hier in diesen schaltflächen das können wir uns auch direkt jetzt am original clio anschauen da gucken wir einfach mal so hier hinter sind steht auch sogar hinter ist ein hauptmenü wir haben diverse sachen um files im grunde hier zu öffnen weg zu speichern und auch zu exportieren das ist diese schaltfläche das heißt wenn wir mess files haben machen wir eine export funktion und können das dann weiterverarbeiten in einem simulationsprogramm wie zum beispiel wie 2x cut was ich ja hier auf dem kanal auch schon benutzt habe dann können wir mit den messdaten einfach da weitermachen ansonsten ja wir können was ausdrucken interessiert jetzt nicht die eigentlichen optionen von clio die verstecken sich hinter dieser schaltfläche hier steht dann auch clio pocket options ganz einfache sache dann können wir sagen was für eine messung machen wir überhaupt wollen wir eine fft messung machen wir können hier so genannten chirp fahren lockt chirp analysis steht da das ist nichts anderes als das was ihr von rew bei mir schon kennt da nennt es sich sweep das heißt es wird ein frequenzbereich durchgefahren und man kann vom lautsprecher her dann im grunde sehen wie sieht die antwort aus vom lautsprecher im grunde man kann den frequenzgang damit messen mit diesem chirp okay dann haben wir hier möglichkeiten der darstellung da haben wir einmal frequency graph das ist das was ihr so kennt wenn ein frequenzgang aufnimmt hier zum beispiel von 10 bis 20 kilohertz ihr könnt euch auch anzeigen lassen sogenannten time graph was ist das das ist wie bei einem oszilloskop hier unten ist eine zeit aufgetragen jetzt in millisekunden in dem fall und je nachdem welche spannung sich zu welchem zeitpunkt irgendwo abspielt wird es dargestellt also normale scope ansicht im grunde das ganze könnte auch noch mal hier als zweigeteilte ansicht machen und so bekommt ihr jetzt hier oben zum beispiel ein frequenzgang angezeigt das heißt welche frequenz ist besonders stark da zum beispiel und hier unten das eigentliche signal kann auch mal interessant sein ich würde sagen das probieren wir jetzt gleich mal aus wir haben jetzt also im grunde jetzt erstmal grob geguckt was ist das hier was haben wir hier oben was so hier ist übrigens noch ja da könnt ihr zehn messungen also die aktuelle plus 9 abspeichern bei arta nennt sich das glaube ich overlays die man speichert das heißt eine alte messung möchte man behalten und packt die sich erstmal so auf dem bildschirm in einer anderen farbe zum beispiel bei rw ist es ja so dass ihr sowieso die letzten messungen alle am linken rand habt könnt euch die dann aussuchen und könnt die weiter verarbeiten das ist einfach nur geschmackssache wie man am besten mit arbeitet wie man am liebsten mit arbeitet am liebsten arbeite ich eigentlich mit diesen overlays bei arta da komme ich irgendwie immer ins schleudern gerne arbeite ich natürlich mit rw das wisst ihr hier mit einzelnen weggespeicherten messung das finde ich schon mal so ganz in ordnung was ich nicht gefunden habe ist übrigens die möglichkeit dass man hier gleich vernünftige dateinamen vergeben kann das heißt dass man einer messung zum beispiel den lautsprechernamen gibt und ein winkel oder sowas der dann automatisch hoch gezählt wird so eine vereinfachung habe ich jetzt nicht gesehen bei clio legt ihr den dateinamen erst dann fest wenn ihr eine datei weg speichert das heißt im grunde wenn ihr diese speicher geschichten benutzt oder auch weg exportiert dann könnt ihr eindeutige dateinamen vergeben finde ich bei das finde ich bei rw besser gelöst da kann ich ja schon vorab ganz klar festlegen wie eine messung heißt finde ich ganz gut eigentlich okay das ist aber jammern auf hohem niveau letztendlich kommt es auf die performance an die so ein ding bringt ja dann sind wir darauf auch eingegangen hier auf der rechten seite bei clio da verbirgt sich im grunde jetzt ja die steuermöglichkeit für ein und ausgang von dieser box was für ein signal soll rauskommen was wird am eingang gemessen was erwartet ihr im grunde und so weiter und so fort das ist das was clio im grunde hier bietet auf der rechten seite hier steht auch ganz klar input level das heißt das was clio jetzt gerade misst hier am eingang und hier steht zum beispiel dann auch das schalte ich mal eben ab brauchen wir gleich noch output aus dem ausgang kommen wir zum beispiel ein volt raus in dem fall eine effektiv spannung und kommt jetzt aber tatsächlich nicht raus weil ihr müsstet erst mal den ausgang anschalten das macht ihr hier über diese schaltfläche da seht ihr jetzt dass hier ja im grunde nichts rauskommt wenn ihr draufklickt erst dann kommt aus dem ausgang was raus aber wir können jetzt noch nicht sehen da komme ich gleich drauf was kommt raus wie stellt man das ein das ist eigentlich auch easy going was aus dem ausgang rauskommen soll das könnte bei diesem generator hier hinter dieser schaltfläche einstellen das ist ein pfeil nach unten also wie kommt man darauf dass mit dem pfeil nach unten zu machen weiß ich nicht finde ich ein bisschen seltsam ja vielleicht war der italienische entwickler in der mittagspause gerade eine runde baden und als er wieder kam hat das vergessen gehabt das zu ändern wie auch immer wenn ihr hier drauf drückt bekommt ihr hier auf dem bildschirm ein menü und dort könnt ihr einstellen was soll rauskommen zum beispiel jetzt wie bei mir einen sinus oder von mir aus ein weißes rauschen auch das wäre möglich da gibt es keine weiteren settings für wie gesagt bei mir ist es ein sinus der hat ein kilohertz und hier können wir noch wohl noch ein paar verzögerungen einstellen oder ein und ausschaltzeiten damit habe ich jetzt noch nicht rum gespielt weil ich da jetzt auch keine sinnvolle anwendung drin sehe und doch da würde ich mich wahrscheinlich selber jetzt drin verlaufen okay dann wissen wir schon mal wie bei einer ausgangsspannung hier oder ein ausgangssignal einstellen können erzeugen können wie gesagt läuft es jetzt schon und ja jetzt kommt eine ganz wichtige schaltfläche eine ganz wichtige ihr müsst euch vorstellen bei clio wie gesagt ihr habt hier ein ausgang da kommt ein signal raus und hier am eingang da wird das signal irgendwie geartet hinter einem verstärker hinter einem lautsprecher wie auch immer wieder eingefangen und dann wird ja im grunde geguckt hey das ausgangssignal sah so und so aus das eingangssignal sieht jetzt so und so aus es kommt so und so viel verspätet mit so einer phasenverschiebung mit so einer stärke und so weiter eine messung halt jetzt liegt das ding hier einfach so auf dem tisch ich habe hier keine verbindung nun muss man normalerweise ich glaube das kennt ihr vom kalibrieren hier einfach eine verbindung setzen von einer buchse zur anderen das kennt man wenn man eine soundkarte kalibriert bei arta oder bei rw bei clio ist das super geil gelöst weil hier drin ist ein hochwertiges relais verbaut und dieses relais verbindet jetzt einfach ein und ausgang damit ich genau solche sachen machen kann kalibrierung zum beispiel eigentests und eigenmessungen ja und dafür klickt ihr einfach hier auf diese schaltfläche und wenn die jetzt schwarz wird dann seht ihr schon dass der eingang hier plötzlich ein volt misst und am ausgang habe ich ein volt cool ich werde den level mal ein bisschen runter machen 0,891 volt am ausgang und der eingang bis 0,891 volt ich mache auf 1 cool das habe ich jetzt nur mit einem druck auf diese schaltfläche hinbekommen ich muss draußen nichts anschließen einfach nur das relais wurde hier drin angezogen und ein und ausgang sind verbunden cool das haben wir also auch hinter uns wir haben jetzt also hier unsere ausgangsspannung wir messen am eingang hat alles super funktioniert und wo ist jetzt mein signal tja um das signal aufzunehmen weil das war jetzt nur der generator bereich um das signal aufzunehmen muss ich tatsächlich eine messung starten und diese messung wird gestartet mit dem grünen fall hier unten wenn ich jetzt hier drauf drücke dann habe ich hoffentlich endlich was auf dem bildschirm hey super also ihr seht mein sinus mit einem kilohertz ein kilohertz und hier ist wirklich ein maximum drin das heißt super ich kann da wirklich was messen ja also ist einmal natürlich wieder die frequenzgang darstellung also die frequenzbereich und da spielt sich halt bei ein kilohertz sinus auch nur bei einem kilohertz was ab und hier habt ihr das ganze noch mal wie auf dem oszilloskop dargestellt und da könnt ihr dann auch wirklich euer ein kilohertz signal betrachten das ist genau das was jetzt gerade am eingang dran liegt das wird hiermit gemessen coole sache oder das funktioniert auch jetzt kommen wir zum eigentlichen kalibrieren weil wie gesagt bei euch steht hier noch unkall dran hier oben in der ecke war mega nicht und dieser input level der ist bei euch vielleicht gar nicht ein volt gewesen der war vielleicht 1,08 oder 9,82 oder was weiß ich weil euer system noch nicht kalibriert war das wollen wir jetzt nachholen dazu müsste allerdings dieses bild was wir jetzt hier haben das heißt das laufende gerät mit einer laufenden messung so erst mal zehn minuten stehen lassen das steht so in der anleitung und das steht da nicht ohne grund jeder der sich ein bisschen mit elektronik befasst weiß dass messgeräte oftmals einen idealen temperaturpunkt haben einen idealen bereich wo die auch hoch genau messen das liegt einfach daran dass jegliches bauteil alles was da drin ist ein temperaturlauf hat einen temperaturgang das heißt widerstände verhalten sich anders bei anderen temperaturen die haben immer diesen leichten ntc oder ptc effekt sagen wir mal auch messwiderstände machen das wenn da operations verstärker drin sind die eingangsbeschaltung und so weiter so ein ding läuft sauber bei einer bestimmten temperatur und bei clio ist man jetzt beigegangen hat gesagt okay wenn das so zehn minuten viertel stunde vor sich hin läuft dann hat dieser kasten betriebstemperatur sagt man und das wird die temperatur sein mit der das gute stück später am laufenden band benutzt wird und bei dieser temperatur da machen wir unsere kalibrierung und das ist der grund dafür warum man jetzt erst mal zehn minuten viertel stunde hier warten soll man lässt es hier erst mal rum daddeln dann fahren wir die kalibrierung okay ich habe das ding jetzt schon eine zeit lang angeschlossen ich versuche es mal so außerdem ist meins ja schon kalibriert das bedeutet wir nehmen uns die maus gehen hier oben auf dieses hauptmenü klicken mal rauf und hier seht ihr schon den punkt calibration und da klicken wir nur mal einmal drauf dann läuft die kalibration los völlig easy völlig von sich aus allein diese kiste fängt an so ein bisschen intern zu klackern zu machen und zu tun und so nach ein bis zwei minuten ist das ding durch und kalibriert okay ich bin drauf jetzt seht ihr hier wie die prozentanzeige langsam hoch geht und hier unten sich ein balken durcharbeitet ich lasse es mal laufen und bin gleich wieder da so keine minute später sind wir schon bei 85 prozent das heißt die geschichte ist hier gleich beendet wie gesagt das hat jetzt ein kurzer cut nur es hat vielleicht ein minütchen gedauert jetzt ist er fertig okay damit ist mein system jetzt kalibriert falls es bei euch eine fehlermeldung gemacht hat einfach noch mal länger warm laufen lassen noch mal probieren dann sollte es funktionieren und vor allem sollte es jetzt so aussehen wie bei mir clio pocket ohne uncoil dahinter so sollte es jetzt bei euch aussehen okay haben wir auch das system ist jetzt komplett einsatzbereit für alle schweinereien wie gesagt das video ist als zweiteile angelegt trotzdem wollen wir heute noch eine erste messung machen da zeige ich euch jetzt gleich mal eine funktion die sich hier versteckt in diesem generator bereich ich denke mal das soll es dann für heute auch erst mal gewesen sein aber das machen wir noch und zwar nehme ich jetzt mal die beigelegte krokodil klemme die kommt auf den ausgang gesteckt und damit können wir schon direkt komponenten messung machen das heißt es versteckt sich hier drin ein komplettes lcr messgerät mit dem ihr vernünftig eure bauteile ausmessen könnt ist ja auch ein wichtiger punkt manchmal möchte man ja wissen ist der kondensator noch in ordnung oder sei schon trocken kondensator stichwort habe ich mir mal hingelegt hier von intertechniken audyn mit was haben wir 47 mikrofahrrad den schließe ich einfach mal an und so eine lcr messung mit clio ist die einfachste messung der welt man muss immer nur wissen wo versteckt sich die funktion das ist ein bisschen schwierig habe ich bei der software schon gemerkt da sind viele sachen ganz schön versteckt aber das macht einfach die routine wenn man damit arbeitet würde ich sagen wo versteckt es sich ich klicke hier einfach mal auf dieses mikro volt was wir hier haben klack und da könnt ihr sehen wir können uns die verschiedenen level anzeigen lassen level in volt haben wir die ganze zeit gehabt wir können hier aber auch sagen zum beispiel verzerrung zum beispiel widerstand oder zum beispiel auch capacitance also ein kondensator da klicke jetzt einfach mal rauf jetzt passiert hier noch gar nichts warum passiert nichts weil ich den generator jetzt hier im grunde nicht laufen habe ganz klare sache wir müssen jetzt auf ein paar sachen achten es wird ein signal hier im grunde rausgegeben zu dem kondensator es wird aber auch gleichzeitig wieder am ausgang zurück gemessen das heißt ich muss intern wieder meine brücke setzen das ist der erste punkt das kontrolliere ich mal und wir haben ja gesagt wenn hier das ding so leuchtet dann ist das gerät intern gebrückt das ist schon mal wichtig bei einer komponenten messung weil ich habe jetzt nichts weiter dran hier als wirklich meine komponente ok haben wir gemacht als nächstes schalten wir einfach mal den generator ein ich habe ja immer noch sinus ein kilohertz drin das tut jetzt aber erstmal nichts zur sache und trio möchte jetzt also wie gesagt ein kondensator messen und das mache ich indem ich hier einfach das auf der schaltfläche starte er sagt hier unten schon lcr ready das heißt trio erwartet jetzt eine messung von einem widerstandspule oder kondensator ok wenn ich auf play drücke seht ihr hier unten verschiedene frequenzen durchfahren das ist sehr pfiffig gemacht hochwertige lcr meter messen komponenten bei mehreren frequenzen sehr gut gemacht und hier oben bekommt ihr dann gleichzeitig auch schon angezeigt das ergebnis also dieser kondensator 46,17 mikrofahrrad und das ist verdammt nah an dem was draufsteht wunderbar hey komponenten tester cool astrein was können wir sonst noch machen zufälligerweise habe ich gerade die super coole multi spule da verlinkt hier auf dem tisch ok einfach mal ran nehmen wir mal hier den größten wert nicht so drauf habe das waren ja um 820 mikro henry zack zack gleiches spiel ich gehe hier oben auf die einheit drück rauf sage ich habe eine induktanze seniore induktanze und sage play damit er die messung macht auch darum steht schon gerade schon die messung gemacht beim umschalten ok 0,8 12 milli henry also 812 mikro henry genau das was ich hier aufgewickelt habe 820 toleranz aber er von meiner wickelei als vom messgerät ok tipptopp funktioniert also das haben wir schon mal hinter uns das ist schon mal sehr gut als letztes möchte ich vielleicht noch mal ein lautsprecher durch messen ich habe ja diesen riesen boliden hier auf dem tisch gehen wir demnächst mal vorhaben und schließt immer an sagt sagt da könnt ihr jetzt sogar die messtöne hören moment interessant er hat eine neue komponente erkannt und macht gleich ein messton und versucht heraus zu kriegen was für eine induktivität das gute stück hat aber das jetzt gut hingekriegt hat weiß ich nicht kenne jetzt den wert nicht von dem lautsprecher aber was können wir machen ich gehe jetzt erst mal wieder auf level hier und gehe jetzt hier einfach mal auf chirp messung das ist diese das heißt wo er einen kompletten sweep durchfährt sagt so jetzt würde er sweeten jetzt sind die generator einstellung quasi erstmal so halbwegs lahmgelegt er würde ja einen kompletten sweep durchfahren dann sage ich einmal play und ich habe jetzt hier den impedance verlauf von dem lautsprecher hin drauf cool oder allerdings gefällt uns das hier jetzt ja gar nicht mehr da können wir nicht mit leben dbv bei einer messung das wollen wir nicht wie können wir das ändern ja da sitzt man dann wieder davor und sucht und macht und tut eigentlich ist es ganz einfach sie haben nämlich hier die möglichkeit das ganze einzustellen da drückt wir einfach hier unten auf diese schaltfläche drauf ihr bekommt ein menü und könnt jetzt sagen was will ich überhaupt messen bei ihr netz ok und da können wir zum beispiel jetzt sagen hey ich messe doch um so jetzt habe ich das hier mal auf oben gestellt sage ok leider ist clio jetzt nicht in der lage das hier direkt zu ändern jedenfalls ist es mir nicht aufgefallen weiß nicht ob es geht ich persönlich habe dann die messung einfach noch mal wiederholt damit ich dann vernünftigen vernünftigen eine vernünftige y-achse bekomme und das ding noch mal in die hand sage play so da haben wir es die achse hier oben abgeschnitten das wollen wir gleich noch runter zeige euch wie es geht ja meine bitte an clio ans audiomatica team nach italien leute so was muss irgendwie schneller im zugriff sein wenn sich so was zu arg versteckt ist es doof aber auch hier der hinweis wenn man mit arbeitet wenn man es öfter macht dann soll es ja eigentlich kein problem sein trotzdem mich hat es erst mal total verwirrt und ich saß da erst mal wieder auch vom berg davor als neuling auch ich bin neuling mit clio ganz klar ich habe es ja für euch jetzt erst mal so ein bisschen ausprobiert ok wie kriegen wir das jetzt noch runter gescrollt das ist wieder was einfaches das kriegen wir eigentlich sofort hin weil diese schaltflächen hier sind schaltweg selbst erläuternd man kann das bild halt move cursor down move cursor ab im grunde munter durch die kriegen scrollen hier ich schiebe es mir einfach mal ein bisschen runter so und jetzt haben wir den impedance verlauf von dem lautsprecherchen mit da fehlt mir wieder was bei anderen programm klicke ich rein und wir kommen hier gleich angezeigt wo ich bin wie ist der punkt welche frequenz welcher pegel das fehlt mir hier wieder auch das ist bei clio wieder etwas anders gelöst da muss ich erst ein cursor setzen hier mit a kann mir den jetzt hier hinschieben so und jetzt kann ich hier unten ablesen es sind 165,68 hertz und dort herrscht ein widerstand von 36,44 keks ohm ok also die philosophie die dahinter ist ist ein bisschen anders muss man sagen anders als ich es gewohnt bin von rew und rew verwöhnt die leute ja auch ordentlich muss man ja sagen ok trotzdem kommt man letztendlich mit klar wenn man sich ein wenig mit beschäftigt wenn man ein wenig mit rumfummelt das muss ich schon mal sagen ich finde so angenehm zu bedienen die lcr-funktion gefällt mir super diese super einfache kalibrierung gefällt mir gut finde ich erst rein stichwort kalibrierung eins haben wir glaube ich noch vergessen klar man auch was vergessen hier drin im kästchen hatte ich euch ja gezeigt verbirgt sich ja das kalibrierzertifikat dieses zertifikat von dem mikrofon das habe ich ja hier und da drin drauf ist ja dann die genaue empfindlichkeit in millivolt pro pascal haben wir schon gesagt das müssen wir hier noch eintragen ich zeige euch wo das geht das geht nämlich über die haupteinstellung hier dann geht ihr auf units und hier oben ist pressure microphone sensitivity in millivolt pro pascal das heißt genau hier da tragt ihr ein was hier auf dem zertifikat drauf steht dann ist das thema auch durch einfach ok sagen dann ist es gespeichert hier hinweis mit dem punkt angeben nicht mit dem komma sonst gibt es eine fehlermeldung ok hätte ich fast vergessen auch das gehört natürlich zur kalibration wobei wir mit dem mikrofon ja erst beim nächsten mal arbeiten wollen ok haben wir hinter uns haben wir gut gemacht es läuft ich freue mich langsam mit an und ja ich denke mal so eine richtige endabrechnung gibt es dann nach dem zweiten teil hinweis noch ich habe es ja gesagt wenn ihr an clio interesse habt und das jetzt im grunde schon gleich bestellen wollt gefällt mir erst mal ganz gut was der frank da macht bestell ich dann kauft es bei straßacker also beim lautsprechershop.de ich verlinke euch das unten nochmal weil da bekommt ihr ein goodie dazu das ist sehr sehr knapp kalkuliert ich konnte euch leider keinen großen rabatt irgendwie rausschlagen aber ihr bekommt dazu eine passende mikrofon klemme ist auch immer ein wichtiger punkt das mikrofon passt hier genau rein was heißt dass es passt genau rein bei mir ist es zwar jetzt noch wackelig aber dazu bekommt ihr auch noch eine passende gummi tülle und dann habt ihr ein system was hundertprozentig passt ein mikrofon halter für ein standard stativ und eine gummi tülle und da passt das mikrofon rein dann ist da ruhe im karton da müsst ihr euch nicht irgendwelche wilden aufbauten machen das ist der goodie den straßacker damit beilegt finde ich super das heißt bei interesse bei straßacker gibt es ein goodie obendrauf könnt ihr euch darüber freuen wie das genau wie ihr zu dem goodie kommt wenn das bestellen wollt das ist dann bei der bestellung angeben das glaube ich bemerkungsfeld franks werkstatt alles zusammen geschrieben oder wenn er telefonisch bestellt dann gibt das einfach am telefon weiter hey code franks werkstatt bitte mit goodie liefern mikrofon klemme plus reduzierhülse dann passt das ok wow da raucht auch mein kopf bis nächstes mal